Wir starten mit Hand und Rechte, wir haben Side, Behind, Side und Heel, Hold, schließen und Cross, Side, Behind, Side, Cross. Jetzt haben wir ein Side, Rock, Schafel, Cross, das bleibt auf der anderen Seite, Side, Rock, Schafel, Cross. Mit links haben wir jetzt einen Step, füttelte, schließen mit rechts, Point mit links, schließen und einen Rock und Chair mit rechts. Darum folgt dann einmal mit rechts, beginnt, ein Halber, Schafel, Turn, Back, Rock, das ganze geht zurück, Halber, Schafel, Turn, Back, Rock. Mit rechts beginnt haben wir jetzt einen Kick, Kick und wechseln, Kick, Kick und eine Jazzbox. Enden, Cross, haben mit rechts dann ein Chafel, nach rechts, Fütteldrehung, Schafel, nach links, Back, Rock, mit rechts, Schafel, nach rechts, Fütteldrehung, Schafel, nach links, Back, Rock. Mit rechts haben wir jetzt einen, Diagonal, Vor, Touch, Diagonal, Vor, Touch und Out, Out. Back, Lock, Step, Back mit links, Halber, Turn, Halber, Turn und Schritt mit links, Vor. Das ganze ziehen wir einmal durch. Wir haben also 1, 2 und 3, 4 und 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7 und 8. 1, 2 und 3, 4 und 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7 und 8. Und 1, 2, 3, 4 und 4, 5, 6, 7 und 8. Der Restart ist dann in der zweiten Runde nach 40 Counts Richtung 6 Uhr. 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7 und 8. 1, 3, 4 und 5, 6, 7 und 8. 1, 3, 4 und 5, 6, 7 und 8. 1, 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 4, 5, 6, 7 und 8.